kaloriendefizit fragestellung wieder mal echter patientenfall also ich hatte eine patientin die sehr viel sport gemacht hat und mich gefragt hat ob sie wenn sie viel bewegung macht und kaloriendefizit hat ob sie abnehmen kann antwort kommt für alle die mich nicht kennen ich bin die sandra rose fröhlich eure ernährungstante und jetzt kommt mal die antwort also bei der patientin ist es so gewesen sie hat sehr viel fast drei vier mal die woche sport gemacht hat die kalorien mit einer app gezählt und sehr stark reduziert das heißt sie war ungefähr so in 1200 kalorienbereich und hat aber nicht abgenommen eigentlich ist genau das gegenteil entstanden sie hat nämlich trotz des der hohen sportlast er zugenommen und kam zu mir in die fragestellung was nun tun wir haben uns das angeguckt in der app hat sie nur den grundumsatz gehabt also das was ein kalorienbedarf in ruhe ist und hat vergessen über die app einzugeben welche sport geschichten sie noch macht weil für den sport extra kalorien gegessen werden müssen das heißt wichtig ist dann das essen anzuheben nicht im defizit zu bleiben sondern vor allen dingen auch genügend eiweiß zu liefern und an der stelle tatsächlich die kalorien anzuheben ich gebe immer den tipp 70 90 gramm eiweiß täglich mindestens 1500 kalorien pro tag und wenn wer mit den apps arbeitet sieht ja meistens in dem dashboard in der übersicht wie viel kalorien schon ausgerechnet wurden das ist immer der grundumsatz das ist nicht die kalorienzufuhr die für den tag im allgemeinen ist und häufig ist es so dass über das kreuz über das plus dann angegeben wird wie viel bewegung noch zusätzlich oben drauf kommt und da gilt nicht nur der sport sondern da könnt ihr auch die alltags dinge in der regel eintragen wie geschirrspüler ausräumen spazieren gegangen viele menschen gehen ja auch häufiger am tag mit dem hund raus oder irgendwelche andere tierversorgung das heißt alles was in bewegung zusätzlich kommt muss immer eingegeben werden also was lernen wir daraus kaloriendefizit funktioniert nicht immer das heißt nicht für jeden natürlich gibt es welche die ein defizit machen und auch gewicht abnehmen aber wenn es nicht funktioniert dann kann die taktung alltagstaktung zu hoch sein und dann muss man eben die kalorien anpassen und vor allen dingen die eiweißmenge das heißt an der stelle passt auf das eiweiß auf und schaut euch mal die kalorien an ich wünsche viel spaß beim ausprobieren für alle die das betrifft und folgt mir ihr wisst ja wie es geht bis dann liebe grüße